Prozent 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 die Leute was geht ab und zu einer Folge und erlaubt Prozent der Fähre das Jury schon mit einem Zuschauer und Euro er hat sich die beste Audioqualität aber das heißt nicht dass er im Spiel schlecht ist. Ich fühle außerdem heute mit dem Default-Texture-Pack und habe meine Jacke angezogen. Ihr seht, es wird Winter. Man muss langsam hier seine Jacke anziehen. Die ist leider noch ein wenig verbackt. Ihr könnt also gerne da Sachen einsenden. Du musst recht auf mich machen. Also passt schon. Sendet in eine Arena. Okay. Und Leute, sendet gerne Gameplays ein an die E-Mail, die ich jetzt unten in der Beschreibung habe. Gameplays für Community-Time und ich werde jetzt noch im Laufe der Sendung, Sendung, alles klar, werde ich jetzt noch ein wenig erklären, wie ihr nämlich in meinem 1000 Abonnenten Special mit dabei sein könnt. Und dafür müsst ihr einfach nur ein bisschen zugucken. Und jetzt zog ich aber erstmal eine Runde. Also, bevor ich da... Ey. Alles klar, Arminer. Okay, Leute, ist wieder mal meine erste Runde. Aber ich habe geschickt. Also, Leute, das ist meine erste Runde, aber passt ja. So, und wir machen wieder bis fünf Punkt T, würde ich sagen. Ja, das passt. Okay, nice, Leute. Also, wir machen auch wahrscheinlich... Du fix mal, please. Fix, fix. Was, fix? Also, du zieh'n. Ah. So, jetzt, okay, jetzt. Du warst gerade im Boden, okay. Ähm. So. Alter, wie krass es einfach gerade im Boden war. Ach. Und... Ah, GG. Na ja, egal. Okay, Leute, es ist mein erstes Runde, dann merkt es mir an. Aber, äh, das kriegen wir schon hin. Ach, stimmt, ich bin... Ah, doch, ich bin mit Levin, weil ich dachte schon. Äh, also, ihr seht wieder, äh... Es steht jetzt 2 zu 1, würde ich mal sagen, naja. Es weiß, ihr... Ne, 1 zu 1, ich voll Idiot. Du backst schon wieder im Boden. Ja, das wollen wir auch. Warte, das ist... Es ist doch so behindert. Und, Leute, ähm... So, Mabu Special. Es ist halt so, dass mir ein Schulkollege... MC Edu, so kann YouTube auch abonnieren. Ähm, du hast Sex an. Du hast Herze? Du hast Sex an. Nein, ich weiß. Ich weiß. Ich suche nicht. Ich mach echt Videos. Weil, die Geld ist einfach mehr, wenn du Sex himmst. Nein, das ist egal. Auf jeden Fall. Ja. 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 Ich seh dich nicht. Ich hab gefixt, ich hab gefixt. Siehst du mich jetzt? Ja, ich seh dich. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Bester Server. Oh, oh. So bestand wild. Okay. Okay, wichtig. Ich hab's nicht greifen. Läuft bei dir. Aber, ähm, Leute. Es ist nämlich so... Abonniert mce. Abonniert mce.adljokofyoutube. Äh, dass es so ist, dass er halt einen Vorschlag mir gesendet hat, abonniert mce.adljokofyoutube, dass, ähm, ich halt einfach abonniert mce.adljokofyoutube, dass ich das machen soll, dass ihr mir Clips senden könnt. Du bist so ein mieser Hund, ne? Du bist so ein Hund. Fick dich. Nein, Spaß. Okay, gg. Okay, aber ja, ich kann noch gewinnen, Leute. Äh, also, äh, es ist halt so, ihr könnt abonniert mce.adljokofyoutube da, ähm, Clips ansenden, wie ihr einfach irgendwie meine Zusammenfassung von meinem Kanal, ja, wie fandet ihr das letzte Jahr oder sowas halt, äh, das muss mit der Facecam aufgenommen sein, also ihr könnt das auch mit dem Handy aufnehmen und das dann auf ungelistet bei YouTube hochladen und mir das dann auch auf die Gameplay-Seite sind, also auf mrz.gameplays.gmail.de. Äh, sendet ihr dann eure Clips dann ein, wo ihr dann zum Beispiel sagt, ja, äh, hey Moritz ist voll scheiße, ich fand den ganzen richtig kacke, die Videos sind voll behindert, nein, Spaß, Leute, also sendet ihr jetzt einfach, äh, irgendwie was ein, wie, wie, durch habt ihr mich kennengelernt, wodurch habt ihr mich kennengelernt, äh, wie habt ihr meinen Kanal gefunden oder sowas halt, und dann labert einfach so ein bisschen drauf los und ich schneide das dann was witziges zusammen. Äh, die einzige Bedingung ist, ihr braucht eine Facecam und, äh, es sollte nicht so aussehen, als ob ihr das mit einem Taschenrechner aufgenommen habt, und, äh, ja, das war's auch schon, man kann hier nichts von machen, geil. Okay, dann geh ich mal zu 1.2.1 wieder. So, sagt ihr, dann geht zu FFA. So, wo bist du? Äh, warte, 1.2.1. Falls ihr euch gewundert habt, warum ich gerade die ganze Zeit gesagt hab, äh, abonniert MC Edeljoker auf YouTube. Äh, es ist halt so, er hat halt die Idee, und ihr könnt gerne mal bei ihm vorbeigucken, sind ziemlich kranken Videos, äh, ja, guck einfach mal, alles klar. Äh, warte mal kurz. Ja, gut, hab ich gesagt, dass ich jetzt gleich gewinnen werde, weil, äh, ja, er steht jetzt afkarum, es würde recht easy sein, oder, es ist so, jetzt, recht einfache Runden würden, denke ich mal. Äh, Spaß natürlich mach ich das jetzt nicht, aber, äh, könnt gerne mal bei ihm vorbeischauen, und, jo. Eigentlich eine ganz geile Idee, finde ich, äh, wird natürlich noch ein bisschen was anderes, äh, reinsteigen, denn ich hab mir auch so einen Quadrokopter haben wir noch, und da werde ich wahrscheinlich noch so ein paar Szenen reinmachen. Das wird ganz cool. Ja, okay, wieder da. Also 32, 84. Oh, nee. Was, wo? Na, wer labert da im Hintergrund? Äh, Mann, wer ist da? So, aber. Was ist da los, Mann? Das ist doch nicht mehr normal. Also, sag ihm mal. Oh, Mann, Alter. Das ist wieder aufgelegt. Ähm, Alter, mein Ping. Äh, okay, jetzt. Warte schon. Ich hab schon mal ein Zittel für die Folge, Alter. Äh, ich seh dich nicht. Äh, jetzt seh ich dich. Okay. Oh, komm. Oh, mein Gott, Alter, was ist denn das, bitte? Das ist jetzt das letzte Mal. Das ist nun mal. Als ob, Alter, als fucking ob. Okay, also, Leute, das soll ich mal meinen. Warte mal, mein Geiles, wie das sag ich dir. Nee, der Andi ist da, ja, warte mal kurz. Nein, du. Warte. Oh, mein Gott. Damit hättest du gewonnen. Heute machen wir aber bis sechs Punkte. Hab ich gerade so entschieden. Deswegen gucken wir mal. Also, wenn du jetzt noch einen Punkt machst. Nee, warte, es steht vier, vier, ne? Ja, die vier, fünf. Also, heute machen wir bis sechs Punkte. Ich bin heute richtig geil drauf. Oh, mein Gott, diese Folge, Alter. Nein, Spaß. Du hast jetzt gewonnen. Ich mach jetzt natürlich noch die letzte Round. Wo bist du, Alter? Alles klar, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Oh, mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.